So, los geht der Lachs. Henno, mein Nachbar, was geht ab? Der Prank startet mit Enchantress, Alter. Alter, ich bin Springer 7 und nicht Knight 7. Oh, wir wurden alle zurückgesetzt. Nein, oder? Ne, ich wurde unbenannt. Unbenannt. Er ist jetzt deutsch-deutsch. Ah, da ist einer Bauer. Er ist jetzt deutsch. Der Russe ist Bauer. Das ist alles deutsch, jetzt hab ich die krankhafte Mast. Ich hab ein Kettenrrr-Fragezeichen-Stung. Das ist halt richtig schlecht. Aber immer noch nicht gepatcht ist es, wenn du gelockt hast, geht jetzt nicht automatisch das Beiding auf. Alter, alle hier Batrider. Es gibt jetzt auch deutsche Namen für die Einheiten. Ja, ist ja alles deutsch, Junge. Können wir nochmal neu starten? Wieso läuft nicht bei dir? Ich hab komplette Scheiße gebaut. Warum du hast da zwei Troll-Batrider? Ah, ist klar. Junge, ich hab nur eine Unit auf dem Board, weil ich mich gerade umentschieden hab. Schnell was... Ja, Alter. Ich hab die Magie oben. Dann bist du halt für den Lappen, Max. Weißt du, kommt hier an, sagt, ich bin der beste Dota-Auto-Chef-Spieler der Welt und ich stopp euch alle und dann sowas. Das sehen wir noch. Du kannst ja in die Losing-Streak gehen. Biest-Krieger. Das ist gar nicht so schlecht. Ich brauch aber auch nur Scheiße, Max. Das ist schön. Du hast jetzt hoffentlich drei Einheiten auf dem Feld. Ach, als ob du schon einen Terrorblade hast, Max. Ich wollte mich umentscheiden auf Druiden-Knights zu gehen und dann hat die Zeit nicht gereicht und dann war es ziemlich peinlich. Ja, du machst ja keinen Geil. Du verlierst dann. Das stimmt. Das stimmt. Jeder soll ich. Schön. Geil, kräftiges Schild. Mach dir viel aus. Hm. Ja, das macht wirklich viel aus. Ja, das sind super viele Fragen. Ja, super. Ähm. Ich bin ganz schön scheiße. Enchantress 2. Lecker. Oh, lol. Jetzt geht er die Runde. Ja, guck mal. Ich muss gegen den, by the way. Ähm. Aua. Ich habe einen Task Level 2 und ja, genau. Task Level 2 werde ich auch einen krassen, ja mega hier. Alter, hier geht es ja richtig. Oh, wer hat da gerade re-rolled? Hedda, Alter. Shadow Shaman 2. Ja, Mann. Läuft bei mir. Ja, Mann. Fünf Einheiten. Ja, Hedda, Alter. Geh doch nach Hause. Mogamagier Level 2 und Razor. Ja, komm, Jay. Was soll das denn? Komm, Alter, überlebe ich aber. Alter, überlebe ich aber. Komm. Ah, jetzt wird... Ah. Ah, der Terrorblade ist doch ein Pisser. Sag mal, Jay, was stimmt denn mit dir nicht? Wie, was stimmt nicht mit mir? Was stimmt mit Hedda nicht, ist die Frage. Guck dir mal deine Einheiten an. Ah. Guck dir mal meine Einheiten. Meine Einheiten liegen im Staub. Von meinem... Belohnen. Der Bauer 7 ist Platz 1. Ja. Jo, Bauer 7, Alter, ruck die Bude oder was? Was hat der denn? Alles verlastend hier, ey. Oh, lecker. Oh, da kommen die ganzen Updates. Jetzt Hände auf Platten Tiny 2. Chris'n Task 2. Chris'n Tinker 2. Oh, jetzt geht es richtig ab. Jetzt geht es ab. Gewinne, gewinne, gewinne. Kein Update diese Runde. Hab ich das richtig gesehen? Juhu! Muss ja auch nicht gerade sein, ne? Ich habe aber dafür drei Mages. Irgendwie ein Campion. Ja, und Lina. Ja, aber Lina ist... Ganz schön scheiße. Aber ich habe trotzdem drei Mages und dadurch wird gebrutzelt, was da Zeug hält. Warte, Sepp, Sepp, Sepp. Boom, Junge! Ja, Sepp wird weggemacht. Ja, Sepp wird wirklich weggemacht. Ja, ich werde easy weggemacht von Marc... Max hat ja schon Stufe 2... Scheiße, ich werde von den Bauern gekillt, ey. Das ist so ungünstig. Ey, du bist doch Platz 1. Oh, doch nicht. Wer ist denn da Platz 1? Oh, wir haben 1, Alter. Ist das rosa oder pink? Was ist Chris? Was bin ich? Ich bin Violett. Du bist pink. Rosé vielleicht. Bei mir ist so ein Ros... Rosé-Ton. Du bist pink. Ich bin Violett und Jay ist... Du bist pink. Wir teilen ja eigentlich immer noch diese Scheiß-Attacke, wo der einfach random Gegner... Komplett übers Board schleudert, jo. Ja, aber der ist doch gebufft worden, ne? Ja, aber der ist doch gebufft worden, ne? Yo! Also der russische Freund da, Morajin, der gefällt mir nicht. Ich glaube, das ist ein Hacker. Wer ist ein Hacker? Hanno? Ja, der auch. Tast 2x2... Das muss ja jetzt nicht sein. Gute Lyrics. Noch schlimmer. Boah! Gib mir doch mal irgendwas außer Aids. Das finde ich jetzt schon bisschen... Wolle wahr? Weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Das ist echt belastend. Ja, du hast doch Chaos 9 Level 2. Ja, den will ich aber nicht! Ja, schrei mich jetzt hier nicht so an! Ja, dann verkauf ihn doch! Ja, ne, dann sterbe ich. Ja, das wäre schlecht. Wie redest du über Bram? Ja, das war eindeutig. Dann hab ich auch so gehört. Komm schon, der Bauer kann nix. Wir können's schaffen. Jetzt macht doch mal Mana voll! Mana voll! So belohnend! Aua! Wieso muss ich ständig die... MEGA KILL! Der Schatzspieler da von Hanno, der wird schon mal fitter und fitter! Ich hab noch keine Upgrades aktuell. Ich hab noch keine Upgrades aktuell. Nice! Was ist jetzt hier mal da? Das Flieg, wo... Na, läuft denn einfach nicht. Da sind nicht geflutscht. Der Lachs löppt nicht, sagst du? Nee, der Lachs löppt nicht. Der schwimmt nicht mal. Der liegt einfach nur am... Tod da! Am Boden! Am Boden! Oh Gott! Ach komm gegen Bram! Antimateschliffel 2! Oh, der ist aber auch schön! Shadowfield! Oh, der rote! Oh Gott, das ist knapp gegen Sepp hier. Das sieht gut aus. Das ist ja echt knapp. Oder? Ich hab mal ein bisschen investiert. Klopp den doch um jetzt! Jetzt mach den Max auch mal weg hier, bitte! Ja? Dankeschön! Jawohl! Klatschen, 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 klatschen! Killingstreak raus! Würfe! Jawohl! Ach komm, wo kommen denn die jetzt noch? Abfahrt! Abfahrt! Vorwärts! Immer weiter! Immer weiter! Ja, weiter! Schnapp den Tiny! Weiter, immer weiter! Hä, greif den doch an! Ne, er darf ihn ja gar nicht mit Miracle Morning nennen. Ich weiß nicht wie es heißt, aber das habe ich heute vergessen zu machen. Ja, Jotter Morning! Oh, oh, oh! Entschuldigung. Oh! Oh, oh! Oh, oh! 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 platten fragezeichen Wir gehen ja auf assassins quiz ne ein assassin ja voll ich hab nur blödsinn ich hab keinen bonus Aber die droppen alle, kann leider nichts upgraden Aber Jay läuft das würde ich mal sagen Und Jay ist mir auf dem fersen Unbekämpfung punkte Ja jetzt haben wir ein problem Da ist der beastmaster level 2 bei sepp Du bist doch ein schwanz Chloe jetzt würde sepp mich weg machen Alter Chaos Knight hast du auch zwei Jetzt wirds langsam knipp Lassen lassen Sehr gut Ja guck maa Endlich mal ne Runde die wir gewinnen hier Ja Sieht schlecht aus gegen sepp Äh Ist keine wasser gewaschen Da ist die streak weg Geil Ach als ob Max Lecker 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 Achs in der Hand Achs in der Hand Also ich soll den beastmaster verkaufen Ja Beastmaster und den troll warlord bitte Na gut Wenn du das sagst Ja mach Lach nicht Lach nicht Lach nicht Ich tue es Oh gegen sepp Scheiße Jetzt wirds spannend Könnt jetzt übel werden für dich Ich hab zwei upgrades Glaub auch Boah scheiße Ne Da verkacke ich Der macht mich richtig Alter Du hast halt alle Stufe 2 Alter du hast alle Stufe 2 jetzt Ja Alles Okay Ne Lebt doch Wum lebt noch Boah ich krieg Ja jetzt Aktuell krieg ich sepp wie scheiße Head for the quarry Ich weiß ja noch nicht wie ich das mache Leute Oh Sepp ist schon hart 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 Oh Sepp ist richtig auf die Fresse Oh Sepp ist richtig da am Start Sepp hat auch einfach nur Lack ohne Ende Ja der kauft Der hat kein Geld Sepp hat kein Geld? Der hat schon gererollt und alles GG Das hab ich nicht Gererollt hab ich nur nicht Achst du nicht Ich kauf nur alles Und dann bist du doch der Lacker des Todes ey By the way ist raus Leute Er ist raus Ja weil du Lack hast Was soll ich ziehen Chris? Nee ich kauf einfach Oh ist das lecker Ja von dem was mir da so vorgeschlagen wird Kann ich wieder nicht Ach das ist lecker das muss schmecke Ja das ist lecker das muss schmecke Und dann hat es irgendwie so einen schlechten DDR Porno Lecker 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 Ja wer weiß vielleicht gibts den Banane gab es seit 6 Monaten nicht Oh scheiße ich vergesse das immer Oh fuck alter Wölfe Durchgehen sie als erstes auf den Terror Äh äh Toll Warlord Inshallah Jetzt Geil Fixie Jawohl Gib mir einmal Geil weg Schön auf die 12 Jawohl Okay wir hauen alle auf Auf alle mal ein bisschen rum Und kriegen keinen kaputt Auch schön Nice Luchstein Das ist so krank Das ist so krank Jo Ach jo Waren das nicht so eher so Wildschweine? Weiß nicht Hä? Wildschweine? Die heißen doch Wölfe Echt? Die sahen aus wie so Stachelschweine Muss ich sagen Du siehst aus wie ein Stachelschwein Äh oah direkt dir persönlich werden Ja Die Pinner müssen wir ran Boah Shadowfuck Nein Boah Der Terrorblade ist so schmackhaft Boah ist der lecker Hm Ehrlich Lecker Oh zweiter Toll Warlord Achgas noch Motorrad Ich schade Bei mir Oh Likan zweier Detail D Υ Der Bauer Ja den anderen Namen kannst du ja schlecht aussprechen Ist diese so abwertend Landwirt ist das Martins albo Rest friend Ich krieg hier nur auf die Schnauze, ey. Alter, Sepp, bei dir lübt halt, weil du hast die Anstrengung des Balls. Boah, ich bin halt froh, aber ich hab jetzt lange nichts Neues mehr rausgehauen, das ist schlecht. Scheiße. Wollte ich sagen, letzte Runde fliegt. Jetzt krieg ich Bruch vorgeschlagen. Oh, was? Ich bring an end to magic. Das wird dir aber saftig. Probieren wir das nochmal. Juggernaut 2, noch ein Timber, Junge! Alter, wenn Sepp nicht bald aufpasst, dann hat er einfach Timber Soul 3. Juhu, der braucht nur noch 3 Timber Soul, bei jedem, wo jetzt Timber Soul kommt, halten. Freunde, wir müssen zusammen... Alter, der Russe hat fast X3, dem fehlt nur noch einer. Oh, shit. Haltet X und Timber, äh, Shainsaw oder so, wie der heißt, oder? Das Wichtigste ist, Max, du musst deinen Troll-Wallout verkaufen. Welchen? Das ist das Wichtigste. Welchen hat er jetzt schon 2? Hast du keinen mehr? Ich hab 2. Fuck me, Alter. Seriously, 2, ey. Und ein Loan to it. Ich hab ihn noch nicht mal gesehen. Yo, der Russe hat mich gefickt, Alter. Oh, lecker. Lecker, lecker, lecker. Der Mission rises. Boah. Scheiß ich da drauf? Ja. Das kann einfach... Ey, das ist halt einfach ein Witz. Gesamtspiel. Schlechter Witz. Der hat'n Doom 2, der Russe! Habe ich überhaupt nicht. Das wär's ja. Das wär's ja. Überhaupt nicht. Das ist ja eine Frechheit. Fake News. Ich wollte hier den deutschen Russen mal eben wegmachen. Dankeschön. Der Anfang hat so gut angefangen, Alter. Der Anfang hat so gut angefangen, Leute. Peter war ja nix, war der. Das hat wirklich gut angefangen. Will es dann ergab geben. Oh. 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 The Stormcraft are come. Nee, das hätt' ich nicht mehr angenommen. Scheiß nicht. Egal, was soll's. Okay, Runde 20, Jungs. Jetzt geht's ab. Die Trolle. Ich dachte, die sind erst mit Level 45 oder 40. Urboll. Was sind denn das? Ach, Orga sind das. Lol, die rippen mich. Hör, Bolx, das sind doch die, das sind doch die Bärenwesen, oder nicht? Zumindest so wie er will. Blinkjagger? Ja. Hä, das kenn ich nicht. Ist das neu? Ist das wirklich? Ja, muss ja. Oh. 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 Ja. Ja, ja, ja. Hm. Ja, komm der Level 2 Troll, Alter. Alter, jetzt ist Max richtig gut dabei. Oh, fuck me, Alter. Ich hab noch keinen davon gesehen. Ich hab auch noch keinen gesehen. Nicht mal, nicht mal. Oh. Oh. Lecker. Aber Peter hat eine ganz schöne Winning Street kann das sein. Max, was hast du eigentlich den Entwicklern gegeben, Leute? Das ist alles hier so. Einiges, einiges. Alter. Warte jetzt. So. Back in the game. Okay. Max rippt nicht richtig hart. Besser voll ab, die Stauze zu kriegen von Peter. Nice. Back in the game. Alter, Max geht halt voll ab mit seinem trollen Warlord, ne? Autsch. 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 Hört halt auch sehr weh. Kacke. Oh, lol. A wolf. A wolf. A wolf in mans clothing. Mal ein bisschen gucken hier. A wolf in mans clothing. Ist ja dumm. Hm. Hier ist ein Ex. Den schnapp ich ihm mal weg. Hehehehe. Ja, das ist ne gute Sache. Ach, jetzt muss... Entweder gegen Max oder den Russen. Können wir mich mal richtig hart penetrieren, bitte? Dankeschön. Junge, Midgame war komplett deins. Ich will ja kein Rumgeheule mehr hören. Alter, Bram kommt jetzt an... Zerlüchte. Jay... Jay klammert sich ja ans Leben. Ja, so ein bisschen. Er ist aufgerüstet, oder? Gist du auf Drachen-Kombo? Jo. Oh. Cool, ey. Okay. Müssen wir aufpassen, dass der Jay jetzt nicht gute Rolls bekommt. Einfach ein bisschen schön, dann ist gut. Ist der überhaupt Sinn? So ein zweiter Disruptor schmeckt auch viel besser. Peter. Jo. Ich verkauf meinen Troll-Warlord, wenn du zuerst deinen Disruptor verkaufst. Moment. Bist du ein Ehrenmann? Klar. Ich würd's machen. Klar. Okay. Er lügt auch wie gedruckt. Als ob, ey. Als ob er seine Stufe 2 Troll-Warlord weg gibt, ey. Irgendwie trust ich dir nicht, Max. Ich weiß auch nicht warum. Krieger Max weg? Nee. Peter war knapp. Peter ist stark geworden. Leben haben wir noch 15. Okay. Langsam wird es eng. Langsam wird es sehr eng! Du hast vier Leben! Du musst jetzt all hingehen! Jo, du hast 50 Gold! Knall jetzt raus! Ich klammer mich im Arsch und wieder zu gierig. Das Problem ist, zu tief geschürft haben die Zwerge da wieder. Das bringt halt nichts. Solange ich meinen Troll-Warlord nicht hab, funktioniert die ganze Taktik nicht. Deswegen dachte ich, versuchst du, hat nicht geklappt. Deswegen sehe ich mich da nicht mehr heute zu gewinnen. Oh, gegen Peter. Jetzt wird es aber knusprig. Ach, Jay, ey. Da geht die Welle durch! Da geht die Welle durch! Boah, war das knapp! Peter, das sieht nicht cool aus. Aber ich hab Sette süß. Aber Sette hat auch nur 35. Der fackt doch auch Balls. Oh, da kommt der X. Der Russe versucht gerade ein X2 mit zwei X1en zu kombinieren. Und hat jetzt gemerkt, das funktioniert nicht. Und dann hat die wieder so gesteckt. Äh, der hat dir die ganze Zeit schon. Ich hab den X geklaut. Aber der hat die gerade aufs Feld alle gestellt. Achso, vielleicht hat er was kaufen wollen. Der hat klar natürlich sein. Boah, bist du ein Troller. Ich hab eigentlich auch noch schönen X weggekauft. Geil, Sepp. Sie kriegen einen. Fröhlich. Jeder mit dem Kommunismus, ne? Ja, echt, ey. Das können wir nicht durchgehen lassen hier. Komm, gib mir mal geile Items, ey. Ja, ich würde jetzt auch zu einem geilen Item mitnehmen sein. Ich schon keine geilen Drops krieg hier. Ich krieg kein Item. Okay. Eins, zwei. Ja, guck mal. Da läuft noch. Oh. 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 Alles gleich. Heini 3. Medusa 2. Yo. Yo. Ich bin Pedder von Pitman. Oh, du brauchst noch einen. Ich keinen kriege. Du brauchst noch einen. Ja, guck mal hier auf mein Board. Lecker. So, Pedder. Next try. Bei mir hat sich nichts geändert sein letztes Mal. Alter, du hast nen Liech? Ja. Ne. Hey. Hat's wirklich nicht. Nice. Yo. Diesmal gewinne ich mit neun Leuten über. Echt? Gegen wen? Was hast denn du? Gegen Fehler. Also du gehst krass auf Druiden? Ne. Doch. Oh, das war's. Zwei Dragon Knights. He. Nein. Mensch, noch einen trollen Warlord. Noch einen Lidsch. Na, den verkauf ich mal. Das ist doof. Ich hasse Max. He. Oh, ich bin ja so ein fettes Vieh, was hier rumfliegt mit so einer Fliegerbrille. Das war's. 27 Runden mehr. Meinst du? Immerhin auf null runter. Aber Ogam. Aber Ogam. Oh ja. Aber Ogam Magierstufe. Ey, wie du halt nen Liech hast. Das ist halt nicht cool. Ne, hab ne Lichtstufe zwei fast. Aber den hätt ich glaube ich weiter nach hinten getan. Einfach nur damit er die Ult rauskriegt. Ja, machte er seinen Cast. Der funktioniert ja. Ne, eben hat er die Ult nicht rausgekommen. Bei mir hat er die gemacht. Also ich guck auf deinem Board. Bei mir hat er die doch rausgemacht. Hab ich doch gesehen. Hab ich doch gesehen. Nein. Nö, nö, nö. Behindertes Scheißspiel gewesen. Du bist also Jumper 8, ey, ja? Und noch nen Dragon Knight. Warte mal. Wie viel, Sepp? Wie viel Chains du brauchst noch? Ey, Timbersaw. 3. Aber ich hab seitdem keinen einzigen mehr gesehen. Ja, das ist, das ist sehr gut. Boah, der will auf Doom 3 gehen. Ist der gone? Ja, ja. Oh, Bram ist aber auch gut dabei mit Kuka Stufe 2. Ja, Shadow Feen Stufe 2. Aua, das tut weh. Uh, ich glaube Sepp macht mich grad, oder? Oh, Bram hat genau meine Medusa verhext. Willst du mich verarschen? Oh, Peter. Da kam der Damage. Bram gewinnt. Alter, der... Boah, Bram hat mich richtig weggemacht. Sepp hat 16 Damage grade bekommen. Tiny Stufe 3 ist einfach nur was Schönes. Kannst den Dragon Knight verkaufen, den braucht keiner mehr. Max. Doch, Sepp, oder? Sepp, du hattest doch auch einen. Sepp hat keinen Dragon Knight. Ne, ich hatte vorhin zwei Stück gerollt bekommen. Äh... Aber gerollt hab ich den nicht. So. Ich glaube, das besser läuft hier. Oh! 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 Oh nein, gegen Max auch noch... Was? Ist das denn Stufe 3, Titan? Ja, ist schon lange. Au! Ja, ich muss schon lange nicht mal ran. Oh, Scheiße! Auch! Auch! Wieso kommt denn mein Kunker nicht durch mit seinem Scheiß? Du musst den Medusa nach vorne stellen. Wie er wegrennt. Sepp, das hilft dir nicht, wenn du mit dem Vieh wegrennt. Ja. Doch, das hilft dir. Das bringt dir nämlich im Zweifel einen Platz besser. Du hast 43 Gold, jetzt investier mal. Das ist ja schlimmer als ich, Dugger, noch. Und hör mal auf zu blame, du Wurst, die schon raus ist, ey. Ja, nein, nur Pech hat, aber trotzdem ist er halt schlecht mit 52 Gold noch rumzulaufen. Einen schönen Tidehunter. So, ich bräuchte jetzt einen richtig... Oh! Genau, noch einen Tidehunter. Oh, ist das gut alles. So, lieber... Anstelle des Dunen glaube ich einen Kunker. Oh! 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 Ja, hab ich gewonnen. Oh, doch. Oh, was ist das denn? Okay, keine Ahnung was das von einem ist. Das ist auch noch interessant, ey. Alter. Alter. Hat er sich schön sneaky die Kunkers gezockt. Oh! Ne, doch nicht. Oh, einen noch. Sepp gibt dir gleich drei Kunkers frei. Gucken wir mal. Ja, ich hab ein bisschen viel... Oh! Max, hör auf mit diesen Geräuschen, Alter! Das ist halt so schön! Game ist vorbei. Das hab ich noch nie geschafft. Hast du Trollhort vor Level 3? Nein, nein! Besser! 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 Ne, what? Ja, ich konnt's doch nicht... Ich konnt's doch nicht machen. Terrorblade Stufe 3 ist jetzt am Schaden. Hab dich auf jeden Fall besiegt. Ha! Du mich, ja? Ja! Pass! Ey, aber jetzt wird's bös, Alter! Ah! Die hab ich noch nie gesehen! Oh, sieht das krass aus! Das Geile ist, ich brauch nur noch ein Anti-Mage. Dann löp der Lachs! Oh, ich hab 70 Gold! Oh, ich nehm zwei, okay! Ha! Ha! Oh, Schei! Ja, boah! Ja, boah! Ja, boah! Ja, boah! Ja, boah! Oh, Ripp, ey! Bitte nicht gegen Max, ich muss gegen den Russen, das ist aber auch nicht geil! Jetzt hat der sein... Mit dem Pedern muss ich... Oh, der muss mir ins... in die Mitte... Boah! 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 Boah, die sind alle eingefroren! Jawohl! Alle versteinert hier, die Bitches! Ab die weg! Der Pedern auch einen geilen Troll Level 2! Der... Der Terrorblade... Du! Alter, ich stell den jetzt in die Mitte, der hält ja aus! Alter, ich hab getötet! Echt? Fuck off, was war das denn? Was war das denn für ne Explosion? Oh! Noch ein Tidehunter! Alter! Der Terrorblade two-schottet halt fast alle! Oh, da ist der gehackst bei und Pedern jetzt... Oh, Terrorblade gehackst! Aber ich hab ja noch einen Troll-Roll-Louch für 2! Ja, richtig! Ist mein Backup! Das ist halt... Das ist so... Ja, Max! Jetzt geh all in, damit du noch den Tidehunter Level 3 machst, weil Pedern will ich nix rundig aus! Das hab ich nicht mehr! Ich bin dabei! Roll! Ich bin doch dabei, du! Jetzt rollt schneller, du Schlampe! Ja, ohne Witz! Ich weiß, ich bin so am... Rollen! Rollen! Nicht reden! Rollen! Ja! Jawohl! Da ist der Anti-Match! Der ist auch geil! Alter, ist halt dein Instink! Eheh, egal! Das ist total egal! Ist der auch egal! Oh, Kunkka 2 hätt ich jetzt auch! Eheh, Eheh, Kunkka 2! Eheh, 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 E Untertitelung des ZDF, 2020